Heute für Sie und nur hier erst mal, später dann auf der großen Bühne, Calvin Carvus an der Kontakt-Jean Lange mit den magischen Kugeln. Aufpassen heute mit den Kugeln, wie die Sonne drauf scheint. Und dann, ja. Demonstration. Demonstraciones vitales. Fire. Demonstraciones vitales. Demonstraciones vitales. Demonstraciones vitales. Demonstraciones vitales. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn man da in der Sonne steht und die Kugeln auf einem sind, dann passiert mit der Haut folgendes, was ich mir aber als Schmerz verbrücke. Das ist jetzt los. Brennen wir mal. Das ist Stroh. Das ist ja noch nie passiert. Das ist so heiß. Ich will ein Kind vielleicht mal ausprobieren, ein mutiges Kind mal ausprobieren, wie ein richtiger Schmerz auf der Haut sich anfühlt. Oh, nur ein kurzer Schmerz. Will keiner? Also ich demonstriere das mal hier vielleicht an so einem etwas größeren Stück. Das kann man aushalten. Vielleicht will auch jemand fahrt seine Tiere. Das ist gerade der Wind. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Naja. Also von hier ist es gut. Und jetzt kein freiwilliges Kind vielleicht oder Kinder dürfen auch Eltern her schicken, die das mal ausprobieren müssen. Hat ein Kind vielleicht einen mutigen Papa? Dann machen wir das da schönes, frendliches... Nee, wirklich keiner? Scheiße. Na gut, dann machen wir einfach so weiter. Müsst du das wieder machen. Dann muss ich mich wieder opfern. Na gut. Na gut. Ja, ma gut. Na gut. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.